Herzlich willkommen zu diesem Themensommer 2024. Viele von Ihnen werden sich gern an die Predigt-Sommer erinnern, die wir hier über zehn Jahre gefeiert haben. Und ich bin sehr dankbar, etliche von euch auch, für diese Gottesdienste. Mit dem Themensommer möchte ich ein etwas anderes Format ausprobieren. Und ich möchte mit euch Theologie treiben. Genau genommen Dogmatik. Jetzt werden einige erschrecken, oh Dogmatik, geh mir weg mit Dogmatik, das kommt mir zu Dogmatik vor. Aber ein Beispiel, was ich damit meine. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reise gewonnen nach Japan. Sie sind jetzt in Tokio im 17. Stock eines Hochhauses in einem Restaurant und zufällig sitzen Sie dem Architekten dieses Gebäudes gegenüber. Sie unterhalten sich mit ihm, loben dieses tolle Bauwerk, das moderne Design, die interessante Aufteilung und irgendwann fragen Sie, wie ist das mit den Bauvorschriften? Wir sind in Japan, ist dieses Gebäude auch erdbebensicher gebaut? Und der Architekt würde Ihnen sagen, wieso? Das Gebäude ist doch schön. Dann denke ich bloß gut, dass ich im 17. Stock eines Gebäudes immer meinen Fallschirm auf dem Rücken habe. Also mit Dogmatik meine ich Fundamentkunde. Was trägt, worauf kann ich mich verlassen? Noch ein Beispiel. Heute steht auf dem Altar ein Blumentopf. Da werden einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das geht ja nun überhaupt nicht. Auf dem Altar gehören Schnittblumen. Das ist auch ein Dogma. Ist es ein richtiges Dogma? Ist es ein nützliches Dogma? Ich weiß es nicht. Heute habe ich Ihnen diesen Blumentopf mitgebracht, weil der eine Geschichte hat. Ich kam vor kurzem nach Hause, die Blätter hingen, ein paar Blätter waren schon verwelkt und abgefallen. Naja, was macht man? Schnell die Gießkanne holen, ein bisschen Wasser drauf. Aber nach zwei oder drei Tagen sah die Pflanze noch immer ganz jämmerlich aus. Und die Gärtner unter Ihnen wissen, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Pflanze umzubringen. Zu wenig Wasser und zu viel. Und als ich den Stängel so anpacke, da konnte ich die Pflanze ganz leicht aus dem Boden ziehen. Die Wurzeln waren verfault, der Stängel war angegammelt, die Pflanze war dem Tod geweiht. Da half nur eins, abschneiden bis ins Gesunde. Ich habe das dann ins Wasser gestellt, gewartet, dass die Pflanze neue Wurzeln treibt, in frische Erde gesetzt. Und heute kann sie frisch und schön hier unseren Alltag schmücken. Also, wenn ich von Dogmatik heute rede, dann meine ich Wurzelkunde. Im Bild gesprochen, was sind die Wurzeln unseres Glaubens? Und dafür habe ich für heute mal eben das Glaubensbekenntnis oder für diesen Themensommer das Glaubensbekenntnis ausgewählt. Mal darüber nachzudenken. Was steht da drin? Wir haben es schon oft gesprochen. Aber meinen wir das alles so? Einfach mal drüber nachdenken. Und wenn jetzt jemand da ist, wieso Glaubensbekenntnis, da bin ich fit drin, das meine ich so, das glaube ich so, dann gibt uns der Apostel Petrus einen Auftrag im ersten Petrusbrief, seid alle Zeit bereit, vor jedermann Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn es also nicht für meinen Glauben ist, dann vielleicht für meinen Zeugnis einem anderen gegenüber. Mögen Sie Gruselgeschichten? Ich nicht. Aber heute hören wir uns eine an. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Sonnig. Ein paar Schäfchenwolken unterstreichen die schöne Stimmung. Es ist ein Festgottesdienst auf einer großen Wiese. Vielleicht zu einem Jubiläum, vielleicht zu einem Kirchentag. Vorn ist die Bühne aufgebaut. Ein kleiner Altar ist geschmackvoll geschmückt. Und mehrere Geistliche und Pastorinnen leiten durch den ökumenischen Gottesdienst. Links neben der Haupttribüne ist eine Bühne für die Musiker aufgebaut. Der Posaunenchor spielt Großer Gott, wir loben dich. Und eine feste Burg ist unser Gott. Dann tritt ein Jugendchor auf und singt König Jesus und ein paar andere neue Lieder. An die Predigt kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Doch sie passte gut zu dem Anlass. Schließlich stehen alle, denen es möglich ist, aufzustehen, auf, um das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Die Flugdrohne, aus deren Perspektive wir die ganze Szenerie beobachten, fliegt pietätvoll zurück, so, dass man die vielen Menschen mit leicht gesenktem Kopf von hinten beobachten kann. Langsam senkt sich die Kameradrohne hinter der letzten Reihe herab. Ein Mann kommt zufällig ins Blickfeld. Der Kopf, die Schultern. Er hat den rechten Arm locker auf dem Rücken liegen. Seine Hand, dann dauert es einen Moment, bis man das nächste Bild begreift. Er hält seine Finger gekreuzt. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen, wenn wir als kleine Kinder ein Versprechen sagen sollten, aber nicht meinten, was wir sagten. Soll man die Finger kreuzen, dann gilt es nicht. Auch die Kamera und die Regie begreifen das Bild nicht sofort. Dann wird es hektisch. Schnell zieht sich die Kamera zurück. Man sieht jetzt drei Personen von hinten und alle drei halten die Finger gekreuzt. Die Kamera fährt auf die ganze letzte Reihe zurück und man sieht alle, wie sie ihren rechten Arm auf dem Rücken legen. Jetzt springt die Regie von einer Kamera zur nächsten, durch alle Reihen der Festtagsgemeinde und wohin man auch blickt, überall sieht man gekreuzte Finger. Als es Glaubensbekenntnis mit einem kräftigen Amen schließt, sieht man eine kleine Gruppe, alle die Finger gekreuzt haltend. Die Kameradrone fliegt in einem kleinen Bogen um die Gruppe herum. Es sind der Bischof und die anderen geistlichen Männer und Frauen. Was für eine Gruselgeschichte. Ich sollte diese Geschichte wohl beschließen. Mit Schweiß gebadet wache ich auf. Nur ein Traum. Nur ein Albtraum. Wie schön, dass diese Geschichte so noch nie geschehen ist. Aber hatten Sie schon mal bei einer Predigt den Eindruck, beim Wort zum Sonntag oder einer Fernsehansprache, so richtig glaubst du auch nicht dran, oder? Aber Sie kennen dieses Bild, ne? Mit dem Finger auf jemanden zeigen, drei Finger zeigen auf mich. Ich selbst? Wie oft bin ich im Gottesdienst gewesen? Wie der Vater, der zu Jesus kommt und ihn anfleht und spricht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also eigentlich meint er, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Bin ich wirklich so viel anders als die Männer und Frauen dieser Festtagsgemeinde? Und wie oft bin ich in meiner Sehnsucht im Glaubensdingen enttäuscht worden? Ein Gebetsanliegen, das nicht erhört wurde? Eine Frage, auf die ich noch immer die Antwort suche? Seit vielen Jahren liegt mir das Glaubensbekenntnis am Herzen. Und ich denke, schon lange, ob es nicht mal die Gelegenheit gibt, Schritt für Schritt darüber nachzudenken, was wir da eigentlich bekennen. Und uns und mich, zu prüfen, glaube ich das? Will ich das glauben? Oder was hindert mich zu glauben? Oder setze ich mein Leben mit Zeit und Ewigkeit im Vertrauen auf dieses Ich-Glaube? Vielleicht mit dem Gebet, Ich-Glaube, hilf meinem Unglauben. Normalerweise sprechen wir im Gottesdienst gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Aber ich möchte niemanden in Versuchung führen, heute seine Hand auf den Rücken zu legen. Deswegen lasst uns einfach mal zuhören. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich halte das Christentum für eine absolut moderne, eine erwachsene Religion. In unserem apostolischen Glaubensbekenntnis sprechen wir Ich Glaube. Also Ich. Das bedeutet, jeder kann und jeder darf sich persönlich, für sich allein dazu oder dagegen entscheiden und beten. Jesus Christus, ich will, dass du mein Herr bist. Ich will an dich glauben und dir nachfolgen. Vielen ist der Spruch bekannt, Gott hat keine Enkelkinder. Das bedeutet, niemand muss gegen seinen Willen ein Leben als Christ führen. Ja, niemand kann gegen seinen Willen Christ sein. Ich Glaube. Das bedeutet auch, mein Glaube soll nicht an Personen hängen. Gleich gar nicht an einer einzelnen Person. Alle zehn Jahre, wenn der Pfarrer wechselt, muss ich meinen Glauben anpassen. Das soll so nicht sein. Oder wenn ich von schlimmen Verfehlungen eines Predigers höre oder jemand den Glauben verliert. Das kann meinen Glauben schon erschüttern, aber abhängig sollte mein Glaube davon nicht sein. Und erst recht nicht sollte ihr Glaube heute hier von mir abhängen. Und was ist mit den Menschen, die dieses Ich nicht selber sagen können? Kinder oder behinderte Menschen? Hierzu sage ich, lasst uns nicht Gottes Kopf zerbrechen und Gottes Probleme lösen. Es geht um dich und mich und jedem, der dieser Predigt intellektuell folgen kann. jedem, der in der Lage ist, sich für oder gegen den Glauben an Jesus Christus zu entscheiden, gilt diese Freiheit und damit auch diese Pflicht, sich zu entscheiden. Und alles andere dürfen wir dem Gott anvertrauen, der von sich selbst sagt, ich bin die Liebe. Im Johannesbrief, 1. Johannesbrief 4, Vers 8 steht es. Wir aber sind herausgefordert, einen mündigen, einen Erwachsenen Glauben zu leben, selbst die Bibel zu lesen, eigene Gebete zu sprechen, im Glauben Ich zu sagen. Es gibt in unserem Gesangbuch ein anderes Glaubensbekenntnis, das festliche nizänische Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinople, das ist entstanden. Dort steht wir glauben. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Ich-Glaube geredet, das gehört auch dazu. Der christliche Glaube ist nicht einfach eine Konstruktion, die sich jeder so zusammenbasteln kann, wie es ihm gerade in den Sinn kommt und in den Kram passt. Ein bisschen frommes Gefühl, ein wenig Weihrauch, irische Segenssprüche, Nächstenliebe, vor allem für die anderen, und Gottes Ja und Amen für alles, was ich so vorhabe. Nein, so ist der christliche Glaube nicht. Der christliche Glaube ist fundamental und radikal. Radix die Wurzel. Er hat in einem alten Buch, fast 2000 Jahre bis über 4000 Jahre alt, der Bibel sein Fundament und als Christ habe ich nicht die Freiheit, die Seiten, die mir nicht passen, einfach herauszureißen. Und radikal, das bedeutet verwurzelt. Der christliche Glaube ist in der mehrere Jahr, tausend Jahre währenden Geschichte Israels verwurzelt, in der sich Gott in der Geschichte und an einzelnen Personen offenbart hat. Und wir sind auch in der Geschichte der weltweiten Christenheit verwurzelt und lernen von den Glaubenserfahrungen, von den Glaubenstaten und auch den Fehlentwicklungen und dem Versagen der Glaubensgeschwister vor uns. In diesem Sinne ist unser Glaube radikal und fundamental. Wir glauben an Jesus Christus, von dem die Heilige Schrift sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Also entweder glaube ich an Jesus Christus, dann bin ich ein Christ, oder ich glaube nicht, dann bin ich irgendetwas anderes, nur eben kein Christ. Und das ist ja gut, dass wir diese Freiheit heute haben. In vergangenen Jahrhunderten war das vom Teil ein Schimpfwort jemandem zu sagen, du bist kein Christ. Heute ist das eine Feststellung. Wir glauben, weil wir als Christen zu einer Gemeinschaft gehören und weil dem Christsein ohne die Gemeinschaft der Gläubigen auf die Dauer Wesentliches fehlt. Und ich glaube, weil ich es will, den christlichen Glauben, wie ich ihn in der Heiligen Schrift erfahre und wie ihn mir gläubige Christen bezeugen, anzunehmen. Das ist eine Einladung und ein Anspruch an jeden von uns. Soweit zum Wörtchen Ich. Sie sehen das Glaubensbekenntnis noch ziemlich lang. Schauen wir uns das Wörtchen Glaube heute noch an. Glaube im christlichen Sinn ist ein Terminus technicus, um es mal ein bisschen hochtrabend auszudrücken. Also ein technischer Begriff, der in bestimmten Zusammenhängen so gebraucht wird, jeder Handwerker weiß, wenn bestimmtes Werkzeug genannt wird, was er unter einer Nuss verstehen soll. In einem anderen Zusammenhang ist eine Nuss was ganz anderes. Glaube im christlichen Sinn hat so verschiedene Nuancen. Zunächst mal kennen wir das Wort Glaube aus unserem Alltag etwas für richtig oder möglich halten. Ich glaube, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe ergibt. Ja, das ist so. Und auch der Glaube in diesem Sinn ist so etwas für richtig oder möglich halten. Wir wissen vom Glauben aus der Bibel. Wir wissen durch das Zeugnis von Glaubens Geschwistern. Und dann kann ich glauben, dass es Gott gibt und dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich lasse mich davon überzeugen, dass der Glaube an Jesus Christus und Gott den Vater vernünftig und logisch ist. Ja, dass es eine Wolke von Zeugen, Hebräer 12, Vers 1, für die Richtigkeit des christlichen Glaubens gibt. Das ist aber nur theoretisches Wissen bis hierher. Und dann steckt in diesem Wort Glaube etwas drin. Ich behaupte mal geloben. Etwas versprechen, einen Vertrag schließen. Wie ein Ehevertrag. Wenn ein Christ sagt, ich glaube, dann ist das ein aktives Einschlagen in die Hand Gottes. Ich will. Ich habe mir sagen lassen, wenn jemand es nicht hinkriegt, vor dem Standesamt zu sagen, ich will, kommt die Ehe nicht zustande. Ein Standesbeamter hat schon mal das Brautpaar wieder rausgeschickt, weil sie nur und freilich und gelle gesagt haben, aber sie kriegten das Ja nicht raus. Ich glaube, ich lasse mich aktiv darauf ein, ich will. Und dann ist zum Dritten der Glaube etwas ganz Praktisches, etwas Konkretes. Es hat was mit meinem Leben zu tun. Theoretisch glauben tut ja noch nicht weh. Aber der christliche Glaube will in die Tat umgesetzt werden. Dass wir persönlich Bibel lesen und uns aus diesem Bibellesen Orientierung holen. Dass wir persönlich beten und in die Begegnung mit unserem Gott treten. Dass unser Christsein im alltäglichen Leben seine Auswirkungen hat. Irgendwas ist anders. Ja sogar die Sache mit der Politik. Das höre ich immer wieder. Also in der Predigt bitte keine Politik. Kann nicht verstehen. Und wenn die Predigt dann nur noch politisch ist, ist es auch schwierig. Aber wie ist das umgedreht, wenn Christen Politik machen, sich darauf einlassen, ihre Meinung zu Gehör zu bringen, sich im Ortschafts- oder Stadtrat aktiv beteiligen. Oder wenn mir das alles zu direkt ist, wir sollten unsere Politiker im Gebet begleiten. Zu dem Ganzen noch ein Bibelwort aus dem Johannes-Evangelium 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Heute sind wir nur bis zu den ersten beiden Worten des Glaubensbekenntnis gekommen. Ich möchte in den nächsten Themensommerabenden damit fortfahren. Keine Angst, wir kommen nicht durch. Ich bin auf 39 Aussagen gekommen, man kann auch anders zählen. Man könnte also locker ein Dreivierteljahr Gottesdienste zum Glaubensbekenntnis halten, aber ein paar wichtige Punkte sind es dann doch. Wenn also jemand an dem Punkt ist, wo er sagt, ja da gibt es Aussagen, mit denen habe ich meine Schwierigkeiten, das ist in Ordnung. dranbleiben, vielleicht auch mal ein Gespräch suchen. Draußen steht eine Kiste, da können auch Fragen eingeworfen werden. Vielleicht finde ich jemanden, der sie mir beantworten kann. Und damit eine herzliche Einladung für die nächsten Themensommerabende. Amen. Kiste